Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mattendo. Wir sind bei Part 12 von New Super Mario Bros. Wii. Ja, wir waren das letzte Mal in der wunderschönen Burg stehen geblieben. Worauf ich auch jetzt absolut nochmal Bock hab. Ja, aber wir müssen. Auch wenn ich mich davor fürchte. Real Rap. Auch wenn ich echt keinen Bock drauf hab. Ich muss jetzt meinen, äh, äh, Propellerpilz opfern. Na geil. Das kann ja nur gut werden. Kann echt nur gut werden. Oh no, Mr. Crabs. Ja genau, dreh dich ruhig anders. Dreh dich ruhig andersrum. Hab kein Problem damit. Ja genau, so. Genau so muss das. So, was ist hier drin? Gib mir was Gutes. Ja, geht fit. Okay, dann. Hab ich jetzt ne Eisblume. Und ich muss mich bisschen beeilen. Alter, das sieht so nach nem Secret aus. Warte mal, das sieht so nach nem fucking Secret aus. Das war mir klar. Sieht so fucking derbe nach nem Secret aus. Hier ist sogar ne Starcoin. Seht ihr? Nicht ganz verkehrt. Oh fuck. Also wenn ich das gegen den Uhrzeigersinn mach, während dieser Stachelball im Uhrzeigersinn sich dreht, ist das nicht so sinnvoll. Wenn man das dann gegen den Uhrzeigersinn machen will. Ja, so. Gut. Haben wir. Das heißt, eine Starcoin ist auf jeden Fall schon mal safe, wenn ich jetzt bis zum Checkpoint komme. Wenn ich jetzt bis zum Checkpoint komme, dann hab ich schon mal eine Starcoin safe. Und wie gesagt, ich wollte mindestens eine Starcoin pro Level. Genau. Gut. Und die Starcoin haben wir safe. Finde ich natürlich gut. Gut, dann nehm ich halt die 1000 Punkte mit. Macht mir nichts aus. So, aber wie geh ich jetzt die ganze Sache mit diesem Knochen trocken an? Ich hab einen Kommentar bekommen, dass man die Stachelkugeln noch braucht für für diese Blöcke, die man nicht zerstören kann. Das Problem ist halt, dass ich das ja eben schon mal gemacht hab. Es ist aber ein Scheißdreck passiert. Also es ist also diese Stachelkugeln sind nicht kaputt gegangen. Nein! Und jetzt sind die Stachelkugeln weg. Oh! Feuerblume! Äh, Eisblume. Digga, ich bin so lost. Aber ist vielleicht sogar für mich persönlich vorteilhaft, wenn es jetzt nur zwei Stachelkugeln sind. Weil dann ist nicht zu viel im Weg. Junge, aber die aktivieren automatisch immer diesen Scheiß-Power-Block. Ich hab da gar keine Chance. Weil den Power-Block vorher also vorher zerstören also vorher aktivieren bevor die Kugeln kommen geht ja nicht. Geht nicht. Weil äh von solchen Power-Blocken gehen halt die Kugeln kaputt, haben wir grad gesehen. Und Digga, es ist absolut komisch. Es ist komisch as fuck. Also real rap. Okay. Ah, warte hier. Nein! Jetzt muss ich klein zu der Starcoin. Oh, bitte tu mir das nicht an. Ich hab so schlechte Erfahrungen damit. Im letzten Part sammeln müssen. Oh, nein! Du Drecksau! Du Scheiß-Drecksau! Oh, lois laggt! Oh mein Gott! What the fuck? Warum zum Fick hat es grad gelaggt? What the fuck? Sorry für den Lag gerade. Mein PC hat mal wieder gar kein Bock heute. Merkt man wieder. Digga, ich drück Sprinten und der macht einfach nichts. Ich drück Rennen. Ich halte Rennen gedrückt. Der rennt nicht. Okay, jetzt so schnell. Ja! Oh mein Gott, Alter! Jetzt muss ich klein. Oh mein Gott. Jetzt muss ich klein diesen, äh... Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das Lenny? Heißt der Lenny? Oder Lemmy oder sowas? Oh nein! Ach bitte! Really? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Digga, willst du mich verarschen? Wollen sie mich verarschen oder wie? Digga! Oh mein Junge! Du! Du Pisser, Alter! Ich verzweifle gerade echt an diesem fucking Wichser. Oh no! Weißt du, die ganzen anderen Male bounced er und jetzt sterbe ich! Jetzt sterbe ich! Real Rap? Ist das if... Ne? Junge, Bubble! Es ist verarsche! Es ist sowas von verarsche! Boah! Ey! Meine Fresse, ey! So eine dumme Scheiße, ey! Habe ich selten erlebt! So ein Wichser! Boah, ey! Ohne Scheiße! Erregt mich gerade so hart auf! Jetzt kann ich nicht mal die Knochen trocken einfrieren! Jetzt kann ich das nicht mal! Das Einzige, was ich machen dran kann, ist auf die draufjumpen! Mehr nicht! Aber ich kann sie für einen kurzen Moment alle wegmachen, so! Kriegen wir auch mal ein paar Münzen, so! Ist nicht schlecht! Münzen sind immer gut! Kann man immer gut gebrauchen! Ich sag's mal so! Oh, Junge! Oh, Junge! Bitte! Versucht! Nachzudenken! Alter! Da ging es echt gerade um fucking Millisekunden! Warum? Ich hab nicht mal geschüttelt! Ich hab meine Wii Mouth nicht mal geschüttelt! Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss den Powerblock in der Hand halten! Während ich von vier Stachelkugeln und eventuell noch Knochen tocken terrorisiert werde! Das ist viel zu krank! Das ist eindeutig zu krank! Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt! Aber das ist nicht normal! Aber das sind Japaner, Digga! Das sind Japaner! No racist an der Stelle! Ja, ich muss es sagen, weil mich sonst wieder welche als Rassist Narzist oder sonst was betiteln! Grüße gehen raus! Wäre nicht das erste Mal! So, und deswegen passe ich da jetzt zumindest sehr auf! Ist ganz einfach so! Rüber! Also ich muss den Powerblock verfickt noch mal Real Rap in der Hand halten! Dass die Stachelkugeln den Powerblock nicht zerstören! Nebenbei Ich wollte gerade sagen, nebenbei darf ich mich nicht hitten lassen! Und genau das ist jetzt gerade passiert! Real Rap! Willst du mich verarschen? Das ist absolut grottig! Absolut Scheiße, Digga! Geil! Ich kann jetzt wieder klein hier den Boss machen! Finde ich richtig geil, Alter! Finde ich richtig geil! Hype! Fucking Hype! Ja! Okay, mein Gott! Gerade während so einem scheiß Fight, Alter! Fängt das an zu laggen, Alter! Ich raste aus! Vor allem ich habe nichts auf, was so viel frisst! Ich habe nichts auf, was irgendwie da jetzt viel CPU frisst oder sowas! Aber das habe ich leider öfters Oh, Junge! Nein! Halt die Fresse! Ja, ich will speichern! Vielen Damen für die Nachfrage! Okay! Es ist gar nicht mehr so viel! Es ist gar nicht mehr so viel! Okay, wir machen Welt 3 Level 4 noch ein paar Trise Ja gut, die Länge des Parts ist auch noch sehr gut Pilz! Ehre! Na, 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 na! Du Hurensohn! Oh mein Gott, Alter Oh mein fucking Gott Feuerbruder? Warum kommt jetzt ein scheiß Feuerbruder? Real Rap? What the fuck? Ja! Okay, erste Starcoin Alter, ich könnte hier das... Oh, ich wollte gerade sagen Also noch habe ich die Chance Das Level echt first try hier zu schaffen Ich fände es nice Oh nein, aber Paracopa Nein Bitte Hör auf Scheiß Paracopas Überall diese scheiß Hurenviecher Ich... Ne, gehen die auf den Sack, die Wichser Okay, hier muss ich drauf Ich duck mich zur Not Auch wenn ich klein bin Ja Jeet Oh, Goombas Geil Oh, Pinguinanzug Ja, das ist äh Nicht schlecht Natürlich Nehme ich auf jeden Fall mit Oh Junge So, dann hier Machen wir da Warte da unten Scheiße, wie komme ich da hin? Muss man da... What the fuck Bitte was? Was braucht man dafür? Real Rap? Real fucking Rap? Was... Was braucht man dafür? Und jetzt sagt mir nicht Ja, du brauchst so einen P-Switch Oder so So Kleine Hure So kleinen Power-Schalter Ähm, da ist aber nur am Anfang des Levels Ja, du darfst das Level nochmal neu spielen So Weißt du, ist mir jetzt scheißegal, was in der Kackröhre ist Oh, mein Gott Mein fucking Gott, alter Oh, mein fucking Gott, alter Oh, mein fucking Gott Oh, mein fucking Gott Ich komm hier nicht rüber Ich komm hier nicht rüber Ich komm über die fucking Eisscholle Nicht rüber Ja, jetzt So, du Wichser Du ehrenloser Hund So Da waren Münzen Da waren fucking Münzen Aber okay Hä, hier sind ja noch mehr Lol Das ist ein Secret Exit? Ich hab den Secret Exit Exit Jetzt Jetzt verstehe ich das Jetzt verstehe ich das, Digga Äh Der Sieg Ah, dieser Dieser rote Button Der ist dafür da, dass man Dass man hier diesen Dass man hier dieses Zeug aktiviert Diese Blöcke Oh, Junge Alter ist das tricky Ja gut, dann wenden wir den Party an der Stelle Lasst einen Daumen nach oben da Sofern es euch gefallen hat Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen Aktivität Glocke Damit ihr das Video mit als erster seht Und auch die kommenden Videos nicht verpasst Und Ich hab Staub auf der Linse Warte mal Naja, okay Das kommt von hinter mir Ja, okay Das ist von hinter mir Ich dachte, ich hab Staub auf der Linse Okay, äh Ja, schreibt Wie gesagt in die Kommentare Wer dieses Video gefallen hat Ihr wisst, wie das läuft Ähm Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Und Ciao